Ein roter Gummihandschuh voller Helium. Hallo, hier spricht Miss Gunst. Willkommen beim CAT-Scan Stimmerkennungssystem. Geben Sie bitte nach dem Signalton Ihren Namen an. Lacknatt! Stimmenmuster identifiziert. Willkommen, Herr Lacknatt. Das war's. Ich bin drin. Der gute alte, wir benutzen Helium, um einen Schläger mit Kastratenstimme nachzumachen Trick. Ja, ja. 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 Er ist genau so gekommen, wie ich es vorhergesehen hatte. Bald wird mein Meister die Nidlifiziere vernichten. Aber Moment mal, was ist denn das? König Nick? Am Himmel? Er verfolgt Flachs wie wild. Er ist ärgerlich. Er will die Nidlifiziere kapern. Nein. Ich muss meinen Meister warnen. Flachs! Laufen jetzt schon zwei Verrückte hinter dir her? Ich muss mich beeilen. Ich kann gar nichts sehen. Ich kann gar nichts sehen. Lust zu tanzen? Oh-oh-oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Schau, 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 es sieht so aus, als wärst du hier beim alten Rüssel eingesperrt. Und glaub mir, der Trick mit der alten staubigen Fußmatte hat vielleicht einmal geklappt, aber nochmal funktioniert der nicht. Hey, wer hat die Fackeln ausgepustet? Hey, hey, weißt du nicht, wann es Zeit zum Aufhören ist? Verzeihung, aber ich kann kein einziges Wort verstehen. Ich habe gesagt, weißt du nicht, wann es Zeit zum Aufhören ist? Äh, 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 was willst du? Nette Gasmaske. Wirklich eine Verbesserung. Äh, danke. Sie hilft. Mit meinen Allergien und so. Weißt du, ich finde Allergien eigentlich richtig faszinierend. Du nicht auch? Ich nicht auch? Wüfff! Ja, klar doch. Nee, ich dachte immer, ich wäre der Einzige. Natürlich nicht. Ich wäre sogar ein unheimlich froher Knasti, wenn du mir alles über deine Allergien erzählen würdest. In Ordnung. Allergie-Kumpel. Na, da schauen wir mal. Ich bin allergisch gegen Staub, Rost, Ketten, staubige Ketten, rostige Ketten, Dingsda, bla bla, staubige bla bla, Dingspups, bla bla, staubige bla bla, Dingen. Oh nein, nicht schon. Ah, ah. Schon wieder. Ein sehr staubiger Fußabtritter. Mit Rüssel als Wächter ist dieses Etablissement täglich 24 Stunden geöffnet. Ich sollte meine Klamotten mitnehmen. Ich sollte meine Klamotten mitnehmen. ? Ich muss meine Klamotten mitnehmen. Vielleicht sollte ich mal irgendwem zeigen, wie cool ich mit meiner neuen Sonnenbrille aussehe. Hallo, irgendjemand zu Hause? Brav, Pussy. Ja, Meister. Meister? Hast du mich Meister genannt? Ja, Meister. Das ist doch nicht einer von deinen Tricks, oder? Ich habe keine Tricks, Meister. Nur meine grenzenlose Ergebenheit euch gegenüber. Ich will nur für euch von Nutzen sein, Meister. Hm, also das könnte interessant werden. Missgunst? Ja, Meister? Ich möchte, dass du für mich zu einem bestimmten Ort gehst. Ich würde für euch bis ans Ende der Welt gehen, Meister. Nett gesagt, aber der Flur draußen würde mir schon genügen. Wie ihr wünscht, Meister. Ich nehme an, das war keine befugte Hand. Bin mir nicht ver Plus prompt. Ja, bevor ich weiß.